Li, hallo, hallöchen und willkommen auf Pina Cooney, der Welt, wo es Träume und Albträume und noch schlimmere Albträume gibt. Willkommen, willkommen und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch Hallöchen Heschi, der schon breakdanced und winkt. Willkommen, willkommen und natürlich auch alle anderen, die vielleicht schon da sind. Ich hoffe, es geht euch allen spitzenmäßig gut. Ich hoffe, ihr habt auch wunderschönes Wetter. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Luftballons in der Hand. Und Heschi hat sogar eine 60-Stream-Serie. Wahnsinn! Ich sehe gerade, ich habe kein Vorschaubild. Das ist natürlich problematisch, wenn ich mich nicht selber sehe. Kann es sein, dass wieder Riesen-Kiras da sind und nicht verschwinden? So, zack. Jetzt habe ich zwar meinen Chat verloren, aber dafür sehe ich jetzt mein Bild. Yes. Ah, den Chat habe ich da. Ja, Wahnsinn, 60 Streams. Ich glaube, die holt niemand mehr ein. Danke, Heschi, auf jeden Fall fürs immer mit dabei sein und auch ganz viele Luftballons und dich. Wunderlich in Philipp, willkommen, willkommen. Ja, bei uns ist es sehr schön heute. Sehr, sehr sonnig irgendwie. Ich hoffe, das hält so an die nächsten Tage. Es soll auf jeden Fall noch wärmer werden. Wetter bei mir ist schrecklich und ich bin da durchgelaufen. Durchs Wetter. Apropos immer dabei sein. Jetzt kommt's. Watch Time! Ein Monat, zehn Tage, 15 Stunden. Oh mein Gott, Wahnsinn. Danke auf jeden Fall fürs immer mit dabei sein. Da sehe ich erst, wie viel ich streame. Oh mein Gott, wie viel Lebenszeit meines Lebens dafür drauf geht. Naja, es gibt sicherlich schlimmere Sachen, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Hey, immerhin habe ich Spaß und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Prost darauf. So. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe heute meine Acheron jetzt von den Traces fertig. Gratulation, Philipp. Ich habe noch keine gepult. Ich habe es jetzt extra in den Titel reingeschrieben. Das letzte Mal haben so viele gefragt. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, das zu beantworten, aber... Ja. Was ist Spaß? Weiß ich nicht. Spaß ist das, was man hat. Wenn man mir zuschaut, hoffentlich. Oder? 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 Oder nicht? Oder? Oder nicht? Hey, immerhin kann ich weinen. Das müssen wir auch erst mal können, gell? So. Nein, aber ich habe es trotzdem in den Text geschrieben. In den Titel. Hilft wahrscheinlich nichts, aber ja. Gut. Aber es ist, wie es ist. So, was wollte ich denn eigentlich? Ich bin irgendwie voll aus dem Konzept. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe vorhin schon Biofiction gemacht, aber vier habe ich nicht ganz geschafft. Noch nicht. Ich habe es sogar aufgenommen. Wie ich drei geschafft habe und wie ich vier versagt habe. Schauen wir mal. Wenn ich fertig bin, werde ich es vielleicht dann auf YouTube hochladen. Apropos YouTube. Eine Mitteilung. Vielen Dank für 200 Subscriber auf meinem YouTube-Watt-Account. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Auf YouTube zu wachsen, es fühlt sich... Es ist so ein steiniger Weg gefühlt. Ich habe keine Ahnung. Für jeden Subscriber, den man auf YouTube dazu bekommt, und gehen zwei wieder weg oder so. Oder andersherum. Man kriegt zwei, aber einer geht wieder. Es ist... Puh. Es ist anstrengend. Aber ich habe es auf 200 geschafft. Yes. Und übrigens, wenn wir schon dabei sind, vielen Dank für 500 Follower auf TikTok. Dankeschön. Für die Ankündigungen. Vielen lieben Dank. Ja. Aventurin hätte ich gepullt, wenn ich nicht noch ein Multi-Target-DPS gerade dringender gebraucht hätte und nicht Robin nach ihm käme. Robin hole ich mir auch. So einfach ist das. Aventurin und Robin. Ha. Yes. Zack. Gut. Ja, wir sind auf jeden Fall im Pinacuni und werden heute die Story weitermachen. Das war das letzte Mal super spannend. Ich war so gebannt, dass ich teilweise vergessen habe, dass ich streame. Ich glaube, ich habe teilweise vergessen, dass ich zwischendurch was reden muss. Weil ich so fasziniert davon war, was sie erzählt haben und was passiert ist und wer mit wem und sowieso und überhaupt. Und... Ähm... Ja, jetzt bin ich wieder da. Wir müssen dann auf jeden Fall gleich rüber switchen. Aber warte mal. Ich glaube, es gibt wieder neue Münzen. Hallöchen Dennis. Gibt's Münzen? Yorokoso. Yay. Zack. Ich habe wieder IDN Tokens bekommen. Wenn ich das nächste Mal vorbeischaue, werde ich die einlösen. So, ich mache mich kleiner. Zack. Ja, auf jeden Fall Pure Fiction. Drei habe ich super mega gut geschafft. Bei vier habe ich noch nicht das perfekte Team. Da muss ich noch ein bisschen knobeln. Aber wir werden sehen. Ich werde es schaffen. Ich werde mich nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen und noch weitermachen. Yes. Gut. Was ist das so? In etwa? Halbwegs. So. Ich bin immer so schlecht von wo bis wo man ähm... sein sollte. Gut. Seid ihr bereit für die Story? Ich ja. Let's go. Let's switch to Aventurine. Ähm, 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 ähm. Sicher der Matthias ist jetzt in meinem Rachen. Musste ja wieder Fisch heute essen, aber er war sehr lecker. Tada. Ein bisschen... ein bisschen Sour Cream dazu. Sehr, sehr gut. Warte mal. Wir haben doch gar kein Vorschaubild gemacht. Ich werde ein... ein Aventurine-Vorschaubild machen. Spoiler dich, wie ich bin. Jemand hat eine Ausrede. Schon seit einer Woche ist die Version draußen. Ach. Aber man hat's eh gesehen, auch im Livestream. Also das ist kein Spoiler. So. Da, da, da. Da muss ich doch nochmal groß werden. Zack. Boah, Schaubild. Boah, Schaubild. Da, 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 da. Ich bin heute gut gelaunt. Keine Ahnung. Wetter ist schön. Ich hab meine Mangas ein bisschen sortiert. Die waren alle durcheinander und ich hab nichts mehr wiedergefunden. Jetzt hab ich mein Regal ausgeräumt und alles irgendwie nach Verlagen und nach Serien sortiert, damit ich meine Mangas wiederfinde. Eine ganz schön staubige Angelegenheit, ja. So. Forscherbild. So. Zack. Nochmal schnell die Ankündigungen. Da, da. Da, 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 da. Ich bin schon so gespannt, wie die Story weitergeht. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das letzte Mal. Unglaublich. Ich hab ja damals viel gemeckert über die Story von 1 Punkt. Alle Versionen. Und ich hab gesagt, ich gebe das Spiel nicht auf. Es macht mir ja so Spaß. Aber ich habe das Gefühl, oder ich hoffe, und es ist meine große Hoffnung, dass ab 2.0 die Story richtig cool wird. Und hab ich recht behalten, Gott sei Dank. Sonst wär ich traurig gewesen. Nein. Es ist, es ist Gott sei Dank das eingetroffen, was ich gehofft habe. 2.0 war cool, 2.1 scheint noch fesselnder zu sein. Bis jetzt. Ich bin gespannt, was noch kommt. So. Mira macht sich wieder klein und geht in die Ecke. Da, wo sie hingehört. Da. Da, 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 da. Ich glaube, das würde ich nicht schaffen, ohne dass mein Geldbeutel weint will. Robin, auf jeden Fall mit Lightcone. Ja, Lightcones habe ich schon aufgegeben. Da habe ich keine Chance. Obwohl ich gerne Vendorines Lightcone hätte. Aber ich werde, ich werde schauen. Ich werde, ich hoffe, dass ich einmal den 50-50 gewinne. Und dann möchte ich im Lightcone-Banner schon pullen, weil ich möchte, wenn ich schon nicht Vendorines Lightcone bekommen würde, dann möchte ich zumindest den Preservation Lightcone mit dem Chibi-Sunday und Chibi-Robin drauf haben. Die sind so süß. Ich will das einfach nur für das Bild haben. Nein, keine Ahnung. Ja, aber es ist, es wird sich ausgehen. Vom Design her möchte ich, mochte ich Robin am meisten. Das verstehe ich. Robin ist auch cool von allen Pinaconi-Charms. Die erste Story war so ziemlich die Einführung. Ja, aber die Einführung war nicht wirklich toll, muss ich sagen. Peter Space Station, wirklich das Tutorial, war noch okay. Ähm. Jarrilo Six hatte seine Höhen und Tiefen. Es war okay. Es war okay. Und Ähm. Shen so. War einfach viel zu... Ja. Es war nicht so ganz rund, muss ich sagen. Die Passagen, wo dann immer die Version geendet hat. Weißt du, du hast Hype, du besiegst den Endboss, den Großen, dann auf einmal so, ja, die Story geht das nächste Mal weiter und du hängst dann sechs Wochen in der Luft. Aber es war nur ein Teil, die Story an sich war auch so okay. Ich liebe die Charaktere an sich und Dragonhang natürlich sowieso, aber es kam einfach bei mir nicht so ganz rüber. Leider. Hm. Was soll man machen? Na Gott. Die Vögel quengeln da schon wieder. Aber jetzt? Die Story gefällt mir sehr gut. UFO war einfach sehr gestreckt. Naja, nicht unbedingt gestreckt, aber von der Zeit her war sie gestreckt, ja. Es war einfach sehr, sehr fragmentiert. Du hast den einen Teil und dann bist du gerade drin und dann musst du wieder warten und sie haben nicht gute Punkte gefunden, wo man halt die Pausen macht. Es war immer so. Ja. Ja. Wie gesagt, die Story mit den... Ja, vielleicht ist es jetzt besser, nachdem sie die Ordnung von den verschiedenen Quests angepasst haben, ein bisschen. Aber so wie ich es im Original gespielt habe, war es ein bisschen cool. das Hin und Her. Mit diesem komischen Abundance-Club da. Die waren einfach... Ich weiß nicht. Das ist aber einfach, ja. Zu extrem aufgeteilt. So wie meine Puls. Was? Inwiefern sind Puls aufgeteilt auf verschiedene Charaktere oder was? Habe ich einen Durst jetzt? Ich sag's euch. Kein Fisch mehr am Mittag. Sag ich jede Woche, gell? Zack. Gut, wir haben uns das Gebiet hier schon angeschaut, soweit wir halt konnten. Und es geht weiter, würde ich sagen. Ich habe sogar alles gemacht, was man machen konnte, außer die eine Tür, die verschlossen war da. Da konnte ich nicht rüber. Gut, gehen wir weiter. Seid ihr bereit? Auf los geht's los. Musik ist irgendwie sehr angenehm. Wie lange darf ich noch Aventurin spielen? Ich muss das extra in die Länge ziehen. Es dauert noch so lange, bis der Banner kommt. Oder? Noch zwei Wochen muss ich warten. Genau zwei Wochen. Das Bannerwechsel am... am Mittwoch? 14 Tage, 0 Stunden. Ah, okay. Ja, passt. Das ist mir eh gut. Und dann gibt's genau heute in zwei Wochen gibt's dann Aventurin Pulse. Yes. Überall ein bisschen. Deswegen habe ich doch immer so wenige. Okay. Ja, aber du hast immerhin Echelon E2 mit Lightcone. Ja. Wobei ich jetzt nach meiner Echelon wieder knapp 50 Pulse gesammelt habe und die jetzt für LeSem spare. Das wird feurig. Ich habe gestern bei Genshin leider 50, 50 verloren. Oh no. Wen wolltest du einen Pullen? Nervi oder Kazoo? Dafür pulle ich dann einfach auf Alikino. Habe das von dem Pulse gestern abhängig gemacht, aber immerhin nach 30 Losses endlich mal eine Chi-Chi. Chi-Chi ist mein erster Standard-Banner C6-Charakter. Das letzte Mal eine C6-Chi-Chi erhalten. Yes. Kazoo C1? Oh. Okay. Hm. Ja. Ich habe Kazoo hat C2 schon, deswegen ich möchte es nicht mehr missen. Wollen wir am Sonntag dann nö wie C1. Okay. Aber let's start. Mate. Okay. Reishi will anscheinend nicht, dass wir weitermachen. Ich finde es so cool, warum die beiden so zusammen sind. Das ist so lustig. Oder? Sie haben auch so eine lustige Chemie miteinander, ich weiß auch nicht. Ja, dann aufmachen, ne? Ich bezweifle auch langsam, dass uns Sunday wirklich eingeladen hat. Nach allem, was wir machen müssen. Ganz ehrlich. Reikazu Stück für Stück auf C6 ziehen und Nahida auch, weil Favorite-Charce. Okay, verstehe ich beides. Ich habe beide auf C2 gebracht und bin sehr zufrieden. Aber ich glaube, ich gehe bei keinem Charakter über C2. Ja. Leider kamen beide jetzt viel zu kurz hintereinander. Das ist immer so. Die besten Charaktere kommen immer zusammen. Reikazu ist irgendwie die Ingame-Variante von der nächste Abschnitt kommt mit dem nächsten Update. Was? Okay. Oh mein Gott, ich mache alles, um mich würdig zu erweisen für Sunday. Ich mache alle Rätsel der Welt. Keine Sorge. Es können ruhig noch zehn Räume kommen, wenn ich als würdig von Sunday dann gesehen werde. Hm. Nahida ist aber schon mal C4. Das ist doch auch sehr explosiv auf jeden Fall. Escape Room. Nachdem wir gestern Abend schon bei Evo so coole Rätsel gemacht haben, da war ich ja Feuer und Flamme. Aber ich wollte ihm nicht alles vorsagen, also. Ich habe mich dann eh einbremsen müssen. Ich so, ah, ich habe eh zu viel gesagt. Sandpit? Sandpit? Wo muss ich hin? War das? Okay. Werden wir jetzt denn die Stadt rein teleportiert, oder was? Heißt im Prinzip, ich brauche 100 EM weniger für On-Field-Nahida. Ja, meine, Nahida ist eh Off-Field. Die anderen kümmern sich um den On-Field-Part. Was? Ich mache dir das mal so. Ich mache dir das mal so. Ich mache dir das mal so. Wenn du dein Mensch'artigkeitsst, dann kannst du dir was, was du hier in der Zeit? Natürlich. Natürlich. Ich mache dir das mal. Ich werde mir das mal aufhören. Wenn du siehst, dann kannst du es dir. Ja, ja. Ich weiß, dass ich jetzt Okay, da fehlt also was in der Stadt. Gut, jetzt müssen wir da hochlatschen. Vielleicht hätte ich erst zur Tür gehen sollen und dann die ganzen Gebiete machen sollen. Na egal. Auch wurscht. Immerhin die Gegner sind weg, die kommen nicht mehr wieder. Öffne dich, die Tür. Get to the treasure room, okay. Welcome to the treasure room. Jetzt muss ich da hingehen. Okay. Okay. Wir schaffen das schon. Wie kommen wir da am besten hin? Zack, alles abschießen. Ich glaube von hier, oder? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das da in der Mitte? Warum kann ich das nicht einsammeln? Warum passiert da nichts? Halt, boh, 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 hin. Und da kam ich. Oh Gott. Zack. Alles abschießen. Jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir zum Brunnen und dann da rum. Glaube ich. Oder so. Immerhin kenne ich mich hier schon aus. Zack und rum da. Jetzt sind wir da, na Gott sei Dank. Mein Team ist Yelan, Zhongli, Fira Deepwood, okay, Nahida, Fira Gilded, Raiden Full EM. Okay, interessantes Team. Sehr interessant, ja. Ach, warte mal ganz vergessen. Was hast du vergessen, Heshi? Heshi. 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 Oh, ich muss noch nicht mal zurückgehen. Praktisch. Tada! Ich werde zurück teleportiert. Voll toll. Zack und Bims. Hallöchen Maulwurf. Willkommen, willkommen. Alles maulig bei dir? Absolutes Spoiler-Verbot. Wer spoilert, wird getimeoutet oder gebannt. Oder beides. Und wer komische Sachen sagt, wird auch getimeoutet oder gebannt. Ich sag's nur dazu. Ich wollte nur anmerken, ich bin verheiratet, okay? Mal das mal gleich aus dem Weg schaffen. Gleich alle weg. No! Sollte eigentlich logisch sein. Ja, passiert nicht immer. Ich kann die Nachricht nicht anpinnen. Warum das nicht? Ich auch nicht. Die Nachricht ist bereits angeheftet. Hat Evo schon angepinnt. Hallöchen Evo. Klar, immer. Das höre ich gerne. Sollte man meinen, aber die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, merken das in 90% der Fälle nicht. Ja. Die sagen, oh, und da, und dann passiert das, und das ist super spannend. Und übrigens, da sind 40 Fische oder sowas, die man einsammeln kann. Falls du das noch nicht wusstest übrigens. Danke, Hesch, ich wollte es auch gerade schreiben. Doppelt hält besser, oder? Musste neu laden zum Anpinnen. Oh, schau mal, da sind Vögel. Lol. Ja, da sind auch Vögel. Die habe ich alle schon eingesammelt. Das mit den Fischen warst aber du, Evo. Ach, übrigens, in Sheniovelle gibt es 40 Vögel, falls du das noch nicht wusstest. 40 Fische. Gott verdammt. Ich habe nur 39. Echt? Na, Quatsch. Ich finde es immer so lustig, weil egal in welcher Cutscene, Eventurine steht immer links und Ratio steht immer rechts, oder? Ich glaube, die haben das so abgesprochen. Oder? Sieht so aus. Hallöchen Mobitaru, willkommen. Danke für den Raid und willkommen, liebe Raider. Wie geht's, wie steht's? Was habt ihr Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream heute. Ich schaue gleich mal nach. Und kein Starrail auch. Was habt ihr Schönes gemacht, dein Starrail? Story oder Pure Fiction, wie ich. Vorhin alleine. Und in der vierten Stage gestorben. Scheitert. Heul. Nein, auf jeden Fall Dankeschön. Er nennt mich an Zelda Breath of the Wild. Ich war mit dem Game durch und hatte 899 Crocs. Tja. Und nur zwei Füße. Das ist problematisch. Außer du hast so eine riesen Crocs-Sammlung wie Ludwig. Okay, ich weiß, es geht um diese Aranara-Dinger. Nicht Crocs für die Füße. Sorry. Sorry. Haben auf Egeron gezogen und wurden Hops genommen, leider. Inwiefern? Impulsen hast du Egeron nicht bekommen oder bist so im Kampf gestorben? Wetten? Was? Und Egeron E6? Wer? Was? 50-50 verloren. Oh, mein Beileid. Aber es sind noch genau 14 Tage und 0 Stunden. Du hast noch die Chance, sie zu bekommen. Ich drücke dir die Daumen. Außer du sparst weiter. Auf jeden Fall, Hallöchen, Junocool und Secure. Willkommen. Was passiert? Ich habe sie gestern in 500 Puls E6-S1 bekommen. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ich muss wirklich mal meinen Durchschnitt ausrechnen in Starrell. Mein Durchschnitt ist auf jeden Fall unter dem. Also, ich rechne normalerweise 150-160 Puls, um überhaupt einen Charakter zu bekommen. Ja, aber sehr cool. Ich glaube, mit einer E6-S1-Egeron kann einem nichts mehr irgendwie sich in den Weg stellen, oder? Gefühlt. Ich meine, du brauchst doch ein paar Supporter. Wahnsinn. So stark. Ja. Drücke dir die Daumen, das noch reiche ich auch. Hallöchen, Coyote, willkommen. Aber sind schon wieder auf 75 Puls, glaube ich. Ah, na dann, dann, dann ist sie bald da. Immerhin. Neunmal Five Star bekommen, siebenmal Fifty-Fifty gewonnen, eine Chimico und ein Welt. Okay. Eindruckend. Das ist gut, ja. Natürlich, meine Egeron hat auch 164 Puls gekostet, ja. So ziemlich jeder Charakter. Bis auf die zweite Rune Mei und Topaz. Bei Topaz habe ich den Fifty-Fifty gewonnen und nur 45 Puls gebraucht. Und Rune Mei kam gleich zweimal in einem Szener. Aber alle anderen waren... Bei wem habe ich den Fifty-Fifty gewonnen? Bei Jingyuan, bei Luo Cha. Und das war's. Opas. Und dann die zweite Rune Mei. Ansonsten immer den Fifty-Fifty verloren. Oh, äh, äh. Ich habe es eher in Discord. Da steht meine Liste. Die werde ich dann weiterführen. Weiß es, wie es ist? Einfach alles gewinnen, dann hast du den 410 Puls E6 S1. Das hört sich so einfach an. Einfach ein Zehner-Pul für E6, dann das wäre ultimativ. Crazy, zwei Fünf-Star in einem Multi. Ja, das war aber das erste Mal in meiner ganzen Gacha-Geschichte oder History, dass ich zwei Event-Charaktere in einem... Also zwei Fünf-Star-Event-Charaktere in einem Zehner-Pul bekommen habe. Habe auf YouTube gesehen, dass ein Streamer dreimal Egeron in einem Multi bekommen hat. Will auch mal sowas. Das ist... Das ist crazy, ja. Meine Win-Streak ist 17. Hab Egeron E6 S3. Wahnsinn. Was macht ihr? Ich will nicht wissen, wie viel Geld ihr immer für die Spiele ausgibt. Deswegen sage ich nichts. Ja. Gut. Machen wir mal weiter, bevor die Jungs da einschlafen, da vor der Stadt. Die Armen. Alles wird gut. Ratio fängt sich ja gleich an zu meckern, dass ich ihn zu lange da rumstehen lasse. Hab noch 500 Puls, könnte für S5 gehen. Nein, tu das nicht. Hol dir lieber einen anderen Charakter. Ich warte auf andere Chars, das ist sinnvoll. Okay. Insert Gulliver's Arch into the slot. Plop. Naja, wenn Aventurine auf so einem Wüstenplaneten groß geworden ist, anscheinend, wenn man dem Glauben schenken kann. Ich hab mir auch von den Ornamenten die Story durchgelesen, über Sigonia mit deren komischen Stämmen, die da gegeneinander kämpfen und sowas. Keine Ahnung was. Okay, dann würde ich aber keine Spielsteine gehabt haben. Keine Legos für Aventurine, der Arme. Ich hab es dreimal geschafft. Einmal bei Nahida, einmal Himmelsschwert und einmal Fushuen. Gratulation. Oh mein Gott, das Fuh hatten wir schon lange nicht mehr. Mein Bord greift wieder durch. Hab ins Damien nur zweimal Fifty-Fifty gewonnen. Boah, das ist fast wie bei mir. Meine war gar nicht so teuer, hatte 300 Puls gespart und wie gesagt 410 für E6S1. Der Rest an Leitkunden kamen die Tage immer early. Nicht schlecht, nicht schlecht. Respekt. Oder Glück. Ich hab das nicht. Ja. Aber ihr macht mal alle schön die Ageron-Banner leer und ich hab dann ganz viele Aventurines dann wahrscheinlich. Erhoffen kann man, oder? Ich glaub nicht dran. Hör ja bei E0 auf. Plack. Ja, was kommt als nächstes? Geht die Tür jetzt auf? Nein, man muss da drücken. Wir haben jetzt in die Stadt gebeamt. Hinter the City Sandpit, okay. Dann ist es aber gut, an welcher Stelle wir das letzte Mal aufgehört haben. Das hat irgendwie Sinn gemacht. Tut mir leid, ich bin amüsiert. Das ist so lustig. Ich will die Schiohann da oben. So groß und er da so klein runtergebeamt. Okay, das ist lustig. Ich hab in Genshin 1950-50s hintereinander verloren. Das ist arg. Boah. Deal, ich pull nicht mehr. Kann jeder pullen, wie er mag. Okay, das find ich lustig. Ufff. 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 屏. Warum muss ich mir das jetzt gerade bildlich vorstellen? Wie Eventurine geschrumpft ist, Ratio nimmt ihn auf die Hand, irgendwie versteckt ihn so und sie gehen dann bei Sundae vorbei und dann so, hallo Sundae, altes Haus und dann ihn irgendwie so reinschmuggeln, so in klein. Ups, was ist denn da passiert? Okay. Was ist da passiert, dass Dream Elements so durchgegriffen hat? Okay. Ich hab keine Ahnung. Warum stelle ich mir das aber gerade wirklich so bildlich vor? Naja. Ich werde denn ein Team machen aus Ratio, Eventurine und Sundae, nur weil es lustig ist. Insofern Sundae irgendwann kommen sollte. Hm. Hm. Jaja, jaja, auf einmal. Das wäre trotzdem lustig gewesen. A dreamy town oak paradise. Okay, das ist lustig. Es tut mir leid, dass er heiterlich so, dass er so groß ist. Was du? Guten Tag, kann man Ihnen helfen? Geht's Ihnen gut? Sie wissen, dass da eine Säule ist, gegen die Sie laufen? Ist das eine Säule? Ja, eine Säule. Entschuldigen Sie, Sie laufen da gegen eine Säule. Hallo. Hä? Ist das normal? Oder ist das ein Bug? Immerhin ist er fröhlich. Das muss man Ihnen sagen. Hallo, Sie laufen da gegen eine Säule. Kommen Sie da weg? Das ist ein Unfug. Okay, wo muss ich hin? Okay. Gut, da müssen wir hin. Hier ist so ein Rumweg. Da sind so Ausläufer. Ein guter Rollenspieler sucht erstmal die Ecken ab. Aber der... Dem geht's nicht ganz gut, glaube ich, mehr. Ich glaube, der hat zu viele Disc-Hamburger gegessen. Hamburg-Disc. Mini-Eventorine? Darf man den rumschmeißen? Warum? Willst du den rumschmeißen? Eventorine-Action-Figur. Ja, ich hoffe, irgendwann bekomme ich mein... mein... dann Hängen als Figur. Irgendwann im Sommer kommt der raus, oder? Der Nendo. Will ich jetzt allein mit Eventorine, oder ist mein Team Eder? Nee, ist Eder. Spiel einfach weiter! Emo wieder. Ich bin trotzdem erheitert. Warum läuft er da gegen die Säule? Einfach weitermachen. Und laufen da noch mehr Leute gegen die Säule. Und die NPC. NPC ist wieder. Viel weiter im Kontext zu, ist das ein Fehler. Besatz macht keinen Sinn. Aber ich spiele eh weiter. Ich habe mich nur darüber amüsiert, dass er dagegen die Säule läuft. und ich habe dir gesagt, spiel weiter, dann wirst du dazu mehr erfahren. Manchmal stelle ich einfach nur Fragen, der Fragen halber und will gar keine Antwort haben. vor allem, wenn es eine Antwort gibt. Zack. Ja, dann darfst du keine Fragen stellen. Keine Spoiler! Spoiler-Verbot! Rhetorische Frage, genau! Ich bin dann so gespannt, wie mein Eventurin dann sein wird. Ob er stärker ist. Ich hoffe doch. Kein Spoiler. Hört sich aber so an, als wäre das irgendwas Wichtiges jetzt. Mit dem Kontext. Und so. Da habe ich mir die ganze Zeit Gedanken, was dahinter stecken könnte, dass die Leute alle da gegen die Türen laufen. Okay. Spätestens jetzt wäre ich drauf gekommen, dass es kein Bug ist. Sai? Warum das denn? Gib alles, Nambi! Irgendwann demnächst werde ich auch nochmal schauen, ob ich noch ein paar bessere Relikte für Topaz bekomme. Was mutiert denn sich Hashi jetzt schon wieder? Ist die Leute da gegen die Wände laufen, oder was? Da muss ich hin. Da ist ein Glocki. Die sind alle irgendwie deppert. TikTok. Auf geht's. Sorry, I need to listen to If I can stop one heart from breaking. Und dann kriegt man wieder auf YouTube ähm Kingsbums-Probleme. Wegen weil irgendjemand das claimt. Nur weil ich das im Hintergrund im Zug laufen habe lassen. Ruhigbar. So, was haben wir denn da? Schauen wir mal. Ah! Okay. Jetzt habe ich's. Kann man auch noch drehen. So. So. Tada. Lauf, Glocki, lauf. Gib alles. Gib nicht auf. Tick, tack, tick, tack. Fuck. So. Gut. Ähm. Haha, ist das weird. Okay. Okay. Okay, vielleicht finden wir noch ein paar lustige Sachen. Warum muss ich gerade an Toy Story denken? So, ich will nicht mehr mit dir spielen. Hallo, I'm Industrial Pride. Hallöchen, Industrial Pride. Wie geht es dir heute? Jetzt nicht mehr mit Echeron spielen. Nur noch mit Industrial Pride. Klopp. Ist mir beim selber spielen gar nicht aufgefallen, dass die da liegen alle auf dem Boden. Voll lustig. There's something here that feels invisible. Flop. Wie fehlen wir noch lustige... Ist die lustige Bugs. Der kommt die Treppe nicht hoch? Soll ich Ihnen helfen? Sind Sie zu alt? Oh mein Gott. Hello, I'm the world's lousiest... Ah, ich kann nicht so schnell lesen. The world's lousiest... Soldier. Okay. Schaut, wie die da stehen. Wie am Flughafen, wenn man durchleuchtet wird. Bitte die Arme etwas höher. Ja. Und die Beine auseinander. Ja. Okay, das ist albern. Zack. Einfach Michael Jackson da an der Treppe. Wow, Moonwalken. Hallöchen Widowmaker, willkommen. Wie geht's, wie steht's? Und Hallöchen Chili. Willkommen, willkommen. Wie geht's euch allen? Alles klar? Okay. Werde einmal... Werde mal Grimé ersetzen. Oh. Ich glaube, ich habe gerade irgendein Eventurinen... Achievement bekommen. Auch gut. Nehme ich. Jeder Jade zählt. Letztendlich. Ich möchte mal mit Sparkle probieren. Sparkle. Tada. Wiederstehen. Ha, ha, ha. Hallo. Ich bin amüsiert. Ah, der ist der Beste da. Der steckt da halb in der Kanalisation oder so. Ja, der kann das aber gut, gell? Ey, ich habe noch eine Schatzkiste gesehen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Irgendwie habe ich mich verlaufen. Na, da wollte ich eh lang gehen. So. In der Schatzkiste bin ich vorbeigelaufen. Ich will mit der Venturine laufen. Da, 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 da. Zack. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Kommen wir da irgendwie da rüber? Schauen wir mal. Okay. Noch so ein Gacha-Gacha-Automat da. Hm, hm, hm. Was ist mit dem Waschbären? Was mit dem Waschbären? Oder was? Was soll mit dem sein? Ja, mir geht's supi. Noch etwas müde. Gerade erst aufgestanden. Und dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin schon um 6 Uhr aufgestanden. Alles tiptop und sens. Alles prima bei mir. Gut gegessen. Ja. Die stehen da rum, als wenn man die nicht programmiert hätte. Ja. Er steigt empor aus dem Gulli-Deckel. Genau das. Hallöchen Ulbricht, willkommen. Stehen da wirklich alle wie so Spielfiguren herum. Welcome to the Golden Hour Base Model. Okay. Sehr, sehr lustig. Da haben sie einfach irgendwelche Assets genommen und einfach zusammengehauen. und dann die Leute. Happy to be of service. Leute reingestellt. Hot, 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 hot. Was ist mit mir? Weiß ich nicht. Ich glaube, Coyote hat gefragt, was ist mit dem Waschbären? Oder ist das ein Waschbär schon, oder? Oder was ist mit dem? Fragezeichen. Okay, die sind lustig. Da liegt noch jemand auf dem Boden. Hello, I'm industrial scum. Ich bin voll amüsiert. Was steht denn der da hinter dem Päckchen? Ach. Was sagt der? Hello, I need a five, was? Five star? Review, okay. Ich brauch five star Characters. Dann kann ich alles haben. Zack. Hello, I'm an NPC. Wie wird das toll? Puzzlezeit. Oh. Ich bin fast dran vorbei gerutscht. Ähm, da. 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 Zack. Fertig. Ich bin fast dran. Ich bin fast dran. Wuhu. Meine sind eh nur lila, also. Was soll man machen? Lila-Eventurin-Boots. Was sagt der? Ich bin ein Hydrant. Hallo. Hallo. Das ist noch eine Kiste. Eigentlich soll ich besser mit Topaz rumlaufen. Ich glaube, ich habe die Schatzkisten so ziemlich gefunden. Oder Nambi ist noch irgendwo was. Wer ist da nochmal hin? Muss ich? Meine, die Welt ist lustig und alles. Gut. Oh, die fliegen wieder weg. Ach, herrje. Okay. Okay. Wo müssen wir hin? Da drüben. Der hat auch nasse Socken. Ich finde das Gebiet toll. Ich verstehe ja alles nicht mehr. Was? Immer sind die Puzzeln viel zu leicht. Viel zu leicht, ja. Hey, I was talking to you. Tell me about the tour. Give it a kick. Sei, sei, sei. Dem ist kalt. Ich glaube auch. Dem gehen die Batterien aus. You seriously are the worst soldier. Tell me about the tour. Kick it again? Ich habe ihn noch gar nicht gekickt. Ja. Ich habe ihn noch gar nicht. Wo ist denn, wo ist ein Ratio eigentlich? I saw nothing. Hey, da oben ist ein Vogel. Ich sehe ihn ganz genau. Ich habe ihn wirklich nicht kaputt gemacht. Ich habe ihn wirklich nicht kaputt gemacht. Okay, auf zum Gacha-Automaten. Okay. Ja, ich weiß nicht. Was ist das, was ich? Geh, bitte. Okay. Muss Sander irgendwas kompensieren, oder was? Dass die Models so klein sind und er so groß. Okay. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Der Vogel da. Und? Ein Fünf-Sterne-Charakter ist drin. Nein, das ist nur ein Puzzleteil. Schade. Die Story ist großartig. Das Beste, was sie bisher gemacht haben. Ich bin so amüsiert. Das ist unglaublich. Ich habe super viel Spaß. Okay. Pinball. Ich bin so amüsiert, das ist so lustig. Ich kann mir nicht helfen. Gut, investigate. Ich bin so amüsiert. Ja. Das ist nur ein Pinnball-Maschino. Das ist nur ein Pinnball-Maschino. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Ich bin noch ein Kaffee. Okay, müssen wir jetzt Ratio spielen? Draußen? Switch? Habe ich jetzt meinen Ratio oder einen Trial Ratio? Ich glaube, das ist eben einer. Achso, das wäre der Story. Ich halte, dass wir Event Ravine da jetzt nicht so sehen, so klein. Das wäre lustig. Okay. Die Vögel. So lustig. Tadada. Tach. Okay. Ah. Guck, dass wir da schon alles gecleared haben. Wenn ich nicht bald gescheite Relics für Pela kriege, laufe ich Amok. Bitte lieber nicht. Könnte gefährlich werden. So, endlich mal fünf Sekunden Ruhe vor einem Inventurin. Der quengelt die ganze Zeit. Ich wusste gar nicht, dass der Soulglad Candyball Launcher heißt. Und wrote The Sweet Dream Paradise. What would happen if I put a Candyball into Soulglad? You can give it a try, but when the Bloodhound family interrogates you, remember not to involve me in it. Okay. Zack. Guck. Tadadad. Si. beneficial Placed the model in the sandpit. Riesen ratios. Warum ist das so lustig? Nicht, dass Aventurin eh schon ein Kopf kleiner ist als er. Arigato! Okay, let's go. Connection path blocked. Activate. Activate. Zack. Rotieren und jetzt noch und das Activate. Und Launch. Plop. Okay, jetzt sind wir da oben. Sehr cool. Guten Tag. Die Figuren. Schatzkiste dahinter. Riesen ratios. Schaut ihn euch an. Wie lustig. Einfach mal hochklettern. Wie hieß das? Shadow of the Colossus. Und das letzte Puzzleteil. Das letzte Puzzleteil. Zack. Aufmachen. Geste holen. Da drüben kann man auch noch rüber. Wie kommen wir da rüber? Erstmal fahren wir da drüben hin, gell? Ah. powder. Tadaa! Blüm, blüm, blüm. Zack! Voll in den Rücken. Ich bin Mia. Willkommen. Wie geht sie? Steht's? Macht sie Platz. Das ist dringend. Der Kaffee nimmt gerade den Weg allen irdischen? Also alles okay? Worauf beziehst du dich jetzt? Auf den Duos? Oder auf die Pela Relics? Ich bin verwirrt. Was macht den alle? Ganz schön viel HP. Immer her mit dem Schild. Schild-Helder auf jeden Fall. Das muss man sagen. Laser Marsch. Gute Idee. Gleich noch was hinterher. Jetzt tut man nicht alles für die Schätze da. Tadaa. Oh, es ist golden. Und es ist... Es hat Attack und Crit Rate. Okay. Das kann man sich mal anschauen. Follow-up Attack. Vielleicht ist es für irgendeinen meiner Follow-up Attack Charaktere ganz gut oder besser als das, was ich habe. Okay. Nehme ich. Kaufen Sie jetzt eine Glocki Pizza. Nur 777.555 Credits. Let's go. Okay, ich glaube das war es hier. Jo. Da ist alles da. Gut, dann müssen wir wieder zurück. Das Schild fand ich auch recht stark dafür, dass es über den Skill kommt. Toll. Ich bin sehr gespannt, wenn man dann in richtigen Spielsituationen das mal ausprobiert. So. Wo müssen wir hin? Wir kommen von da, gell? Activate. Neh? Achso, ich habe nicht mehr genug Energie. Ah. Warte, wir kommen von da. Kling, bling. Wir erst da wieder zurück. Zack. Bin ich jetzt falsch gegangen? Man weiß es nicht so genau. Ich glaube. So, warte mal. Ähm. Zack. Activate. Activate. So. So müssen wir weiter. Da liegt noch so ein Typ in der Ecke. Hello. Äh. 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 Ähm. Kann ich mal seinen Namen sagen. Tag. Guten Tag. Ob wir da den Vogel rausziehen können da? Wenn er so groß ist. Hm. Schauen wir mal. Und bis jetzt hält das Schild immer wasserdicht. Oder felsenfest. Je nachdem. Also alles gut. Spannend wird es denn erst im Memory of Chaos und so. Ob es hält. Ob es ausreichend ist. Wann die Damage an sich? Nicht immer perfekt. Bisschen Damage zuerst durch ist auch nicht schlecht. Zack. Ah. Ich hab das genau gesehen. Ich wollte mich voll ablasern. Habt ihr das gesehen? Voll ins Gesicht. Mit dem Laser. Da sind wieder so Verwandeldinger da. Die verwandeln sich random in irgendwas. Was ziemlich verwirrend ist. Ich wollte mich jetzt nicht erinnern, dass der Schild mal versagt hätte in der Story. Ist jetzt bei mir auch noch nicht. Fast wackelt und hat Schild. Und weg mit der Fledermaus. Ich hab violette Chips hier. Wer will probieren. Aus roten Rüben oder was? Oder lila Kartoffeln. Oder lila Kartoffeln. Easy, cheesy. Lila Kartoffeln denke ich. Tada. Gut, was ist jetzt da mit dem Vogel? Ah, da. Investigate. Wir können den sicher nicht raus. Ach, rausziehen. Rayshu, zieh mal den Vogel raus. Zupf ihn raus. Okay, kann ich ihn nicht rausziehen? Schade. Geht nicht. Oder noch nicht. Man weiß es nicht so genau. Gut. Dann müssen wir wieder zurück. Ding, bang, bang, ding, bang, bang, born. So. Dann... Dich hin. Da lang. Genau das. Ding, bang, bang, ding, bang, bang, born. Ding, plong, 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 plong. Titti laufen da noch immer. Wie kriege ich denn den Vogel da weggezupft? Rayshu hätte mir ruhig helfen können, den da rauszuzupfen. Man hört den da sogar herumwackeln. Aber gut, wir haben die Puzzleteile. Gehen wir zum Puzzle. Let's Puzzle. Zack. Sind eh nur die drei Teile. Zack. Zwei. Drei. Drei. Oooo. Wann sich von 27. Die Frage ist... Der Warptrotter? Zwei Trashcans? Äh? Hat jemand die Trashcats gesehen? Aber vielleicht kommen die auch erst nachher wie die Trotter, wenn man einmal durch ist. Ich will jetzt eh keine Trashcats machen, oder? Mit dem Schild auszuprobieren. Die sind dann wenn in der Stadt drin, die Trashcats, oder? Denke ich. Aber darauf habe ich jetzt auch nicht geachtet, muss ich sagen. In der Hauptstadt fehlt mir auch noch so ein Trashcan-Dingsel. Ja, und eine Schatzkiste habe ich noch gefunden. Manchmal lohnt es sich doch nochmal zu schauen. Sind so immer die toten Winkel. Hallöchen, bin neu dazugekommen. Hallöchen Acewolf, willkommen. Wie geht's, wie steht's? Trashcats sehe ich ja, Karl. Zumindest keine Lordly. Nur normale Trashcats, wie die. Blip, 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 blip. Okay, und dann gehen wir mal raus. Man kann ja später nochmal vorbeischauen. Tadaa. Das ist so lustig. So mittelmäßig bin ich gerade eben erst aufgestanden. Okay. Aber wenn man so spät aufsteht, sollte ja eigentlich alles gut sein, oder? Kommt halt darauf an, wenn man ins Bett gegangen ist. Den einen Vogel vielleicht da noch immer nicht rauszupfen, oder? Wo war denn der da? Keine Ahnung. Ach, schau. Ratio steht da schon herum. Und wartet. Auf zu Sundae, auf zu Sundae. Aber Venturin, nur eine Sache. Bitte. Nicht die Sache, die Sparkle erzählt hat, gell? Aufpassen. Okay. Ich möchte es jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber ich habe das noch im Kopf. Also wenn du Sundae triffst, bitte angezogen bleiben, okay? So. Das ist ja das. Ich bin um halb fünf erst ins Bett gegangen. Uff. Ja. Da bin ich schon wieder fast aufgestanden. Sparkle-based. Schon, oder? Ich glaube nicht, dass er einen Plan hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das auch noch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ist Robin wirklich tot? Oder nichts? Wir werden es erfahren. Und danke Ace Wolf für dein Follow. Willkommen nochmal. Er hat sich nicht zufrieden, aber er hat sich nicht zufrieden. Das ist der Erfolg. Warum kann er nicht zufrieden? Ich glaube, er soll sich nicht zufrieden. Ich glaube, er soll sich nicht zufrieden. Das ist ein Grund, aber es ist einfach. Der Tod der Verletzungen ist, dass die Familie ein Verletzungen der Familie in der Familie ist. Es ist ein großer Vorteil. in der family boku Newcombe Aаются a A A A A so a 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 Ich bin auch immer gespannt, was er erzählt. Okay... Bin gespannt, was passiert. Nex reicht. Okay, passt. Ich versuch's mir fürs nächste Mal zu merken. Okay. Ich sehe schon kommen. Wir werden mit Nothing dastehen. Oh. Na gut, auf geht's. Wassermarsch, Prost. Gleich was trinken. Alles oder nichts, ein ganzes Wasserglas. Na, nur ein Schluck. Sunday, ich komme. Ja, bitte noch mehr Rätsel. Hau raus, Sunday. Ich hab kein Problem mit Rätseln. Ich liebe Rätsel. Wie soll er dich denn sonst begrüßen? Soll er sich ausziehen, oder was? Sparkle haben wir auch mit dabei. Die kann das alles mit ansehen, das ganze Drama. Be right back. Für Hashi ist das alles schon zu viel. Zu viele Boys auf einen Haufen. Warum steht ein Ratio da irgendwie in der Ecke herum? voll abgestellter. Voll abgestellter. Oh, der schaut sich wahrscheinlich die Bücher an, oder? Nehmen wir uns mal zwei Sekunden Zeit, um Angst zu bekommen, weil Sunday überall irgendwelche Augen-Dinger hat. Oder bin das nur ich? Er sieht alles. Aber ich mag Sunday trotzdem. Aber ich kann nicht nur sagen, wie sie sind. Ich habe ein paar Mal nachgelegen. Ach, das ist die Frage. Ich habe mich mit anderen Geistern. Ich bin sehr, 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 sehr. Und ich bin ganz, sehr, 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 sehr. Und ich bin sehr, 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 sehr. Oh-oh. Ich glaube, Eventurine hat nicht damit gerechnet, dass Sandy jetzt den Spieß umdrehte, oder? Es fühlt sich so an, als hätte er die ganze Macht gerade über das Gespräch und so. Warum grinst er so? Ich kann das nicht mit ansehen. Was steht Vegetable Chips drauf? Okay. Dann könnte es rote Rüben oder lila Kartoffeln sein. Oh, Sandy hat alles mit angehört. Seine Augen sind überall. Und die Ohren wahrscheinlich auch, auch wenn er nur zwei hat. Ich glaube, Naja, natürlich, wenn man tot ist, kann man nicht mehr singen, oder? Das ist doch ganz klar, oder? Ach, herrje. Was ist denn das für eine Tasche da? Verdächtig. Jemand hat seine Tasche da stehen lassen. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist anders. Das ist einfach so. Aber was heißt, er will seine Freiheit? Ist er nicht frei? Zumindest im Pinaconi nicht gefangen, oder? Bag of Gift Money and Honor Storm? Okay. Okay. Haben sie ihm seinen Stein weggenommen. Nee, wenn du ihn anders gesprochen hat, die vorigen Sätze. Ja, wenn du ihn aus, Darüber reden sie. Ich habe irgendwie Angst. Ich habe keine Ahnung. Sande sieht auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt davon aus. Beide sind sehr überzeugt von dem, was sie haben und was sie anbieten und so. Ah. Die Flügelchen. Flatter, flatter, flatter. Warum haben einige Hallowianer Flügelchen und einige nur den Halo? Eine gute Frage, oder? So Mandarin sieht irgendwie eingeschnappt aus. Hm. Ich wusste doch, dass die Tasche wichtig wird. Was kommt jetzt? Ich hab Angst. Ratio da hinten. Und jetzt? Jetzt kommt gleich Egeron oder Black Swan rein. Hups, sorry. Ich hab mich im Zimmer vertan. Ich bin aber gleich mal wieder weg. Am besten Egeron, die verläuft sich doch so gerne. Entschuldigung, ich wollte nicht dazwischen platzen. Ihr hattet sicher etwas Wichtiges zu tun. Ich bin dann mal wieder weg. Chesikowski, ich esse ein Pförsig. Nein, keine Ahnung. Die Musik ist auch so bedrohlich. Ich hab Angst. Warum schauen sie alle so? Okay. Das ist Harmony Power. Kann ich ihn so beeinflussen? Hypnose? Dass er nicht lügen kann? Triple-faced soul ist der Eon von Harmony mit den drei Köpfen. Okay. Aber Sandy ist trotzdem cool. Wirklich hypnotisiert? 113 Sekunden. Ich glaube, es gibt kein Kein Was, wenn ich nicht... Der Effekt. Das ist schon cool, oder? Ratio hinten. Ist auch ganz bunt. Ich sag's euch. Finger weg von den komischen Substanzen, gell? Nicht so viel Soulglatt trinken. Meine Lieben. Okay. Was? Das ist Os? Das sieht so aus. Schicker Vogel da. Was? Eventurin? Der V? Oder was? Oder Chickenwing Boy? Woher soll denn der das wissen? In der Tasche, oder was? Ja. Was ist das für ein Ebi-Kinz? Oh, ich weiß nicht, was ich weiß? Ebi-Kinz hat sich die eigenen Gedanken und die anderen Gedanken gemacht, oder? Sie haben die Möglichkeit, die Veränderung zu verabschieden und zu verabschieden und zu verabschieden? Ich glaube nicht. Was ist das, was ich? Ich glaube nicht. Sie lieben die Familie, als ich selbst? Ja. Weil er noch überlebt hat. Wow. Da war gerade einer, was zu ihm geguckt hatte. Du meinst den Nightingale. Das ist Oz. Das ist Oz 2.0. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal Sunday's Kid. Er hat einen Vogel. Er ist ein Chicken-Wing-Boy und hat einen Vogel. Wow. Das stand in der Beschreibung nicht drin. Dass die alle... Was da Masaka gab. Was da Masaka gab. Was da Masaka gab. Was da Masaka gab. Ich weiß nicht. Ich bin sehr interessiert. Dann ist es der letzte Frage. Ich kann das Spiel und das Spiel herausfinden. Wie soll ich hier in diesem Schaaf sein? Ich bin es nicht so, dass ich mich mit einer Brühe so zu verletzen kann. Ich kann mich nicht so, dass ich nicht so, wie ich nicht so, dass die Brühe es nicht. Ich muss mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so. Ich bin sicher, dass ich mich nicht so, als ich nicht so, dass ich mich nicht so, wie ich nicht so. Ich glaube, dass die Antwort ausgesucht wurde. Schauen Sie bitte, Aventurin. Das ist die letzte Chance für Sie zu retten. Das war's für heute. Bitte. Ich habe das, was ich gefunden habe. Okay. Okay. Mein Gott, hat Sande böse geschaut. Das ist so cool. Okay. Aber wieso hat er zwei Steine? War das andere Topaz-Stein? Das ist nicht so genau. War auf jeden Fall noch ein zweiter mit dabei. Ah. Okay, machen wir mal weiter. Okay. Welche Rolle spielt jetzt Ratio noch da? Was bietet Sande ihm? Ja, wenn du dich mir anschließt, ich werde schauen, dass Nos mal vorbeischaut bei dir. Dass du nichts lieber willst, als auch ein Genius zu werden. Ja, wenn du dich auf meine Seite stellst von der Family, dann können wir das sicher einrichten. Weißt du noch, wie ich gespielt habe und gemeint habe, Sande hat Pluspunkte gesammelt? Das war genau hier. Er hat sowieso schon immer Pluspunkte gehabt. Noch mehr Plus als Pluspunkte. Toll, toll. Ich finde es toll, wie alle immer so böse dreinschauen. Das gefällt mir irgendwie. Eventurin schaut böse dreinschauen, Ratio schaut böse dreinschauen, Sande kann böse dreinschauen. Was ist das, Mark? Wenn alle ein bisschen böse sind, irgendwie. Er hat keinen Plan. Ich weiß, wie alle da sind. Was ist das, wie alle drei der Scheisse sind? Aber ich weiß, dass sich die 10 Leute im Team der Alltagelung der Alltagelung nicht mehr als die Hälfte der Alltagelung oder die Erfolge des Kampagniers haben. Ich weiß, dass du das richtig verletzt hast. Was das für seine Erfolge des Erfolge des Erfolge? Dass es wirklich sein ZD-2 ist? Was ist das? Okay, drei Pulls auf dem Standard-Banner und drei verschiedene 4-Star-Light-Corns gezogen. Okay, das ist bestimmt ein Zeichen, dass ich auf Echlerons auch pullen soll. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist das cool oder ist das cool, bitte? Ich kann überhaupt nicht mehr an Echleron überhaupt denken, nach der ganzen Story jetzt. Oha. Smile. Eine Reihenfolge hatte ich noch nie. Das ist ein Omen. Dann probier's. Let's go, Lightcone. Ich drück dir die Daumen auf jeden Fall. Okay. Das sind die beiden. Was ist denn da? Do it. Folge dem Bösen. Am Ende krieg ich Aventurine nicht. Na dann lieber auf Aventurine sparen. Was ist denn da? Ich glaube, das war dein Ziel, dass es richtig ist. Ja. Das ist ein Goldbewerb. Das ist ein Goldbewerb. Das ist ein Goldbewerb für dich. Okay. Sag ich doch. Sag ich doch, dass das ein Topaz war. Von der Farbe allein schon. Ich muss noch für Mok einen zweiten Healer bauen. Bailo oder Natascha? Was lohnt sich mehr? Weil Watcher ist schon gebaut. Ich würde wahrscheinlich Bailo nehmen. Wenn ich Lynx nicht hätte. Irgendwann werde ich Bailo auch mal weiterbauen. Yes. 140 Pools habe ich angespart für ihn. Im Normalfall sollte das reichen. Drück dir die Daumen. Sind ja auch noch zwei Wochen. Aber hat Topaz ihm den Stein freiwillig gegeben oder nicht? Das werden wir wahrscheinlich erfahren. Das war eine rhetorische Frage, bitte. Ach, das ist eine Ventilations-Tasche. Das hat er beide. Ja, das sieht schon eher wie ein Venturin aus. Das war's. Halt. Robin ist gar nicht tot. Das war alles nur ein Plan, um eventuell Reen dran zu bekommen, dass er zu Sande geht und versucht damit sozusagen und jetzt sie ist gar nicht tot. Das ist alles eingefädelt. 100 pro. Jetzt bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. hängt sicher noch irgendwo herum. Mit ihren Nackenschmerzen. Was hat er erwartet? Oh, er ist sauer. Oh. Oh, er ist richtig sauer. Oh, oh. Hätte ihm eigentlich klar sein müssen, oder? Was ist in 17 Stunden? Warum stirbt er in 17 Stunden? Weil er eben den Stein weggenommen hat, oder was? Das war Herr Pferde. Ich hatte schon mal die Sie, die Herr Einzelnein. Ich hatte die Herr Einzelnein. Du solltest den Segen, den Sie in die Welt zeigen. Aber ich hatte eine Ehe, und habe mich verletzendet, und habe die Herr Einzelnein. Ich habe die Herr Einzelnein. dass ich das nicht den Grund schlug. Es gibt keinen Grund dafür, was ich? Huh, das ist ein Ruhiger? Ist das auf der Tatum? Das ist ein Verständnis, Aventurin. Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis, aber... Ich habe, dass du dir das Gefühl hast, dass du dir das Gefühl hast, dass du dir das Gefühl hast. Mit Gallagher kann ich nichts anfangen, to be honest, weil er zu schwach ist oder weil du mit dem Charakter nichts anfangen kannst? Aber wirklich ist er ziemlich cool. Auf jeden Fall ist alles besser als Natascha. Denke ich mir auch, ja. Nee, wegen der Harmony, die er auf ihn gemacht hat. Ja, hat er eh gerade gesagt. Du kannst nicht ausgehen, oder mit einem仲間. Du kannst du zwei Dinge geben, das ist, dass ich das Reise für mich kann. Wenn du es geschafft, dann wird es ein Einzelnehmann und wird es ein Einzelnehmann. Wenn du es geschafft, dann wird es ein Einzelnehmann. Wenn du es geschafft, dann wird es ein Einzelnehmann. Oh-oh. Oh, oh Aなたがより多くのものを提供することができれば Soha 本当の慈愛と誠意をあなたに与えてくれるでしょう ううっ 恥知らずな偽善者め 僕の全てを奪った上に真実を教えろだって そんなの不公平だ 君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ 金がなければ何もできない bauke noch zu bett er über die sind die zielo daten krimi das noch kann er noch nie jünger zu mann ist der jünger Wegen Balben, Kira. Okay. Schwach ist er keinesfalls. Noch habe ich auch nicht das Gefühl gehabt. Wähle Tod und dein Geist ist mit deiner Familie vereint oder wähle Tod, Eternal Doom. Beides klingt nicht so toll. No, Vendorin. Ich mag alle, alle irgendwie auf ihre Weise, aber so kann das nicht enden. Ich meine, es hat ja noch nicht geendet, aber... Ah, hallo, Oss. Der Schild. Der Schild. Das war's für heute. Okay. Rückblickzeit. Der Himmel sieht ein bisschen furchteinflößend aus, muss ich sagen. Okay, das ist auf jeden Fall seine Schwester. So nennt er ihn eigentlich Summer, ist das nicht für höher gestellte Leute? Ich denke, das ist eher so eine Disrespekt Sache. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ironisch gemeint. Ich meine, nachdem sie an sich nichts miteinander zu tun haben... ...und in ihren jeweiligen Organisationen sind sie beide relativ hochgestellt. Passt also irgendwie schon. Ja. 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 Was ist das denn? Davon habe ich noch nie gehört. Willkommen auf jeden Fall. Hallo, hallo. Hallo, Raider. Ich habe aktuell nur noch 780 Chipstüten von den 1000. Wie viele hast du gemacht? 1000 Chips? Oh, weh. Chevrolet würde sich drüber freuen, über so viele Chips wahrscheinlich. Uhu. Atlas Woods ist heute in den Early Access gestartet. Okay. Und was ist das für ein Spiel? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, 1000. Das ist auf jeden Fall jede Menge. Ich hoffe, es hat nicht gekrümelt. Schön mit dem Hintergrund da. Oder mit der Animation. Ein Sandbox-Farming-Simulator mit RPG-Elementen in einem japanischen Stil. Oh, das hört sich aber interessant an. Muss ich mir auch mal anschauen. Danke auf jeden Fall für den Raid. Und willkommen, willkommen. Ja, wir spielen, wie ihr seht, eine Runde Honkai Star Wars und sind gerade mitten in der Story in einem Rückblick. Ja. Nur für alle, die jetzt gerade reingeschaltet haben und nicht wissen, wo wir sind. Wir sind, sind, wie, wie, wie hieß er? Sagonia? In der Vergangenheit von Aventurin. Mach mal weiter. Okay. Ja. Ich hab das. Ja. Ich versuchze dir das, die Stil. Ich bin. Ja. Okay. Spannend. Weil die Sigonia, die glauben nicht an Eons. Die haben ihren eigenen Glauben und die Evigins haben da dieses Gayatra-Triclops-Dingsbums. Und deswegen hat es auch zur Geburt von Aventurin plötzlich geregnet, weil er von Glück beschienen ist. Aber anscheinend jetzt nicht mehr. Treibsand? Oh, weh. So ist das in der Wüste. Wie in Sumeru. Hm. Gefährlich. So ist das. So ist das. Ich habe mich für die Zeit gebetet, um die Verpflichtung zu geben. Meine Frau... Sie sagen alle, dass ich mich nicht verletzt, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt. Wenn ich mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt und meine Liebe. Ich habe mich nicht verletzt, was ich verletzt, und ich habe mich nicht verletzt, um zu sterben. Okay, wir sind wieder beim Trailblazer zurück. Puh. Okay. Okay, uff. Uff. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Es sind so viele verschiedene Punkte und so viele verschiedene Charaktere und Hintergründe, die alle da in diese Geschichte involviert sind. Uff. Dann ist da noch die Sache mit dem Hotel. Die Sache mit dem Meme-Ding. Black Swan, Acheron. Was ist mit Firefly? Was ist mit Robin? Was ist mit Sam? Was wollen die alle eigentlich? Und was ist hier eigentlich los? Oh mein Gott. Tragik. Okay, machen wir weiter. Uff. Was ist mit dem Meme-Ding. Was ist das, wenn man in der Zeit, was man in der Erste, was das was er? Es ist ein Bild von DREAMPOOL? Die Software ist in der Zeitung, in der Schlechung, in der Schlechung, und die Analyse aufzummen. Die Daten sind von der Familie verletzten. Sie sind auch, wenn man an die Analyse aufzummen, wenn man in der Schlechung Einfach weiterspielen, das ist mir schon klar. Aber ich mache mir trotzdem zwischendurch meine Gedanken, was passiert. Ja, mit den vielen Augen von Sunday. Laton Family, Galaga! Glaubt ihr, Ellie weiß, was darüber ist? Ich glaube nicht. Na dann bin ich gespannt auf die Show. Ich glaube nicht, dass ich mich überraschend habe. Aber ich glaube nicht, dass ich mich überraschend habe. Ich glaube nicht, dass ich mich überraschend habe. Oh, das ist eine gute Frage. The Garden of Recollection Stellarron Hunters. Dass Silver Wolf sie eingehackt hat? Hm. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die nächsten drei Chars zu skippen. Muss man ja nicht. Er hat auch einfach Fohlen. Oh, ich doch. Der Hacker der Hacker von Hacker hat sich nicht verletzelt, hat sich die Hörger verletzelt und verletzelt. Aber wenn man die Hörger gesehen hat, dann hat sich die Hörger von Hörger in der Hörger Hörger der Hörger in der Hörger hat sich auch die Hörger in der Hörger. Garten of Recorrektion und Hörger? Hörger Hörger? Es gibt sicher auch die Hörger. Dann ist die Hörger? Wenn ich den Pinoconien in die Hörger habe, dann habe ich etwas vorbereitet? Was geht denn da jetzt ab? Okay, was geht da ab? Die Musik. Ich habe halt den nächsten Char garantiert nun. Ich habe nur noch, ich habe noch 107 Puls übrig von den Agron Puls. Na dann? Musst du dich entscheiden, wen du haben möchtest oder ob du vielleicht doch skippen möchtest. Ich sage mich nicht. Ich habe noch 10 Jahre alt. Ich habe noch 10 Jahre alt. Ich habe jetzt eine Anzeige Köln Puls. Ich habe jetzt 10 Jahre alt. Ich habe noch 10 Jahre gegründet. Ich habe noch nie mit seinem Namen. Es gibt noch einen Namen. Deine Musik. Topaz, wo ist Nambi? Topaz, ist dir aufgefallen, dass Aventurin deinen Stein geklaut hat? Oder hast du ihm den ausgeliehen? Du, sagst jetzt, du gehst ihn direkt in den Zimmern. Dann starten wir uns ein Gespräch. Ich werde euch das Zeug anbieten. Ich werde euch das Zeug anbieten. Topaz, wie geht's? Alles klar bei dir? Schon so lange her. Was hast du in der Zwischenzeit alles gemacht? So. Hi, Hallöchen Alban, willkommen. Aventurin und Boothill sind beide Skip und bei Robin bin ich mir momentan sehr unschlüssig. Ja, dann würde ich einfach mal abwarten und schauen, was Robin kann und dann kannst du es dir noch immer überlegen. Ich hab dich vermisst. So lange war ich ja gar nicht weg. Ich war ja nur fünf Tage weg. Mir geht's gut. Das ist schön. Dann bin ich ja seit Sonntag wieder da online. Auch generell. Okay. 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 Okay, Starrell, richtig? Yes, richtig. Das ist korrekt. Süß. Süßes. Oh. Wir dürfen noch nicht mal in die Träume rein, die anderen. Okay. Und wenn sie dafür zahlen würden? Die ganz normale Besucher? Dürfen sie trotzdem nicht rein? Das ist ja brutal. Oh. Topaz ist aber lieb. Aber nur, weil sie weiß, dass wir ihr auch helfen würden. Topaz fand ich irgendwie immer cool mit ihrem kleinen Schweinchen. Und Topaz ist auch ziemlich cool mit dem kleinen Schweinchen. Nambi. Ich mag Marge Seventh, weil sie sehr cool. Sie ist sehr, weil sie ist sehr cool und süß. Ja, sie ist auch süß. Oh-oh. Optional talk to Topaz. What of you, Switch. Danke. Buh. Vielleicht reden wir noch mit Topaz. Ja, ist das interessant. Ja, ist das interessant. Oh-oh. Wenn sie so oft erwähnen, dass Aventurine immer in seinem ganzen Leben so viel Glück hatte, habe ich jetzt ein ganz, 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 ganz schlechtes Gefühl. Oh, weh. Oh. Hilfe. Ich liebe Nami. Aber ich habe nichts, was zu Tobas ihrem Playstyle passen würde. Naja, theoretisch kannst du sie mit Ratio zusammenspielen. Ja. Wenn Marge nicht so eine hohle Nuss wäre, aber mal gucken, wie es mit ihrer Identität weitergeht. Stimmt, ich bin gespannt. Ich habe auch noch ihre Story noch gar nicht gespielt. Sollte ich auch mal machen, eine Story-Quest-Dings da. Aber wieso ist Voice Japanisch und Englisch auf Spiele in Honkai Story? Kannst ja einstellen, wie du willst. Kannst auch chinesische Sprachausgabe und weiß ich nicht, französische Texte haben, wenn du möchtest. Kann sich jeder aussuchen, wie er will. Weil Kira das so bevorzugt. Yes, meine bevorzugte Sprachwahl für solche Spiele. Zumindest. She's that good, huh? It works only when all Party's interests are aligned. Okay. Schauen wir mal weiter. Zack. Careless Bloodhound Family Member. Wo ist denn Gallagher? Den will ich auch mal wiedersehen. Topaz tut mir irgendwie leid. Sie muss muss sie da sein? Die wird die ganze Zeit dann nur beobachtet und kann noch nicht mehr ins Hotel rein. Remember me? We meet again. I've got business with your captain. Where is he? I need you to pull some records for me. It's for official business. Where's our lunch break? When's our lunch break? Hungry. Was ist denn das? Okay. Ich glaube, es ist am besten wir reden direkt mit Gallagher, oder? Ich glaube, was wollte ich sagen. Jetzt wissen wir, wo er ist. Auf geht's. Ich mache mir, ehrlich gesagt, ich mache mir so viele Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Eventurine. Gleichzeitig mache ich mir aber auch Sorgen, dass wenn Sunday jetzt so böse ist und irgendwie ganz, ganz sehr manipulierend ist und keine Ahnung, vielleicht dann Eventurine auf dem Gewissen haben sollte, dass er vielleicht doch nicht spielbar ist. Ich mache mir so viele Gedanken. Ich weiß, ich muss weiterspielen. Okay, wir gehen Dream's Edge. So. Tu, was noch was anderes zu sagen? Okay. Gut. Okay, wir reisen. Dream's Edge. Wo müssen wir hin? Sind übrigens noch jede Menge Rätsel, die ich noch nicht gemacht habe. Ah, gleich da. Okay. Reset Peace. Oh. Irgendwann muss ich hier nochmal hin wegen den ganzen Rätseln und Schatzkisten und Trashcans und was weiß ich alles. Und noch eine Adventure Mission ist da. Wow, 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 wow. Match 7 ist cool. Ja. Ich hoffe, dass Punkt, Punkt, Punkt spielbar wird. Boah, da war gerade eine Katze auf dem Klo neben mir. Ui, 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 ui. Das ist aber wild. Sensorlight? Können wir das abdrehen? Nein. Da steht eh Gallagher hinten. Was habt ihr überhaupt? Miss Claudia. Oh, geht schon weiter. Oi. Bekannt für ein grauer Hund. Gar nichts habe ich gemacht. Hallo? Was? Das ain't it, Chief. You've got the wrong gal. That's right. It's a me, Clocky. Was? Oh, das ist es. Ich habe nichts gemacht. Wir haben uns nur auf die Baustelle geschmuggelt damals. Mit Firefly. Aber nur weil wir die Aussicht genießen wollten. Außer dann kam der Chimico mit dabei. Ich hoffe, die kann mit ihren Argumenten, mit ihren wörtlichen Argumenten überzeugen. Oder? Hallöchen, Nesti. Danke fürs Follow. Willkommen. Der war doch da gerade noch, oder? Wow, Kira. Was ist wow, Kira? Was am Marsch, Prost. Kimico ist halt die Älteste und die Weiseste von allen. Die ist die Einzige, die uns irgendwie da rausholen kann. Ist ja wahr, oder? Wenn Marsch irgendwas redet, kommt nur Blödsinn raus. Und beim Trailblazer genauso. Denkt nur an Mülltonnen. Kimico ist die Einzige, die irgendwie vernünftig und erwachsen ist und die... Was für ein Gequengel da. Schiss wie ich, nur in weiblich, okay. Hast du auch so rosa Haare und ein Röckchen an. Oh nein, nicht schon wieder Clockwork. Nein, aber ich bin auch oft verpeilt. Okay, das ist in Ordnung. Das hört sich ja irgendwie lustig an. Das machen wir ja gar nicht. Wir wollen einen Mord verlösen. So, wir machen das gleich. Ich werde mir nur ganz kurz ein frisches Wasser holen. Gebt mir 30 Sekunden, dann bin ich wieder da. Bis gleich. Ganz kurz nur. Vielen Dank. Ganz kurz. Amen. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Oh! So, bin schon wieder da. Ich hab gleich geschaut, was der Loki da gequengelt hat. So. So. Claudia-san! Claudia-san! So. TikTok. Glocki. Welcome back. Dankeschön! Okay. 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 Wir müssen ihn happy machen. Wir können auch die anderen machen. Ich wollte ihn nicht angreifen. Oh nein, ich hätte nicht was anderes. Ich hätte guten Mood machen sollen. Oh no! Naja, jetzt muss ich kämpfen. Hilft ja alles nichts. So, erstmal Beine ausgestattet und jetzt noch auf Level 80 machen. Dann sollte es passen mit dir. Drück dir die Daumen. noch aufhören. Oh nein! Oh nein! Ah, irgendwann werde ich vielleicht Beile auch noch nachleveln. Eins nach dem anderen. Jetzt bekomme ich erstmal noch Eventurine im Event. Äh, Eventurine im Event und dann Eventurine plus Pullen. Eins nach dem anderen. Oh, oh. Okay. Wir müssen ihn happy machen. Sollen wir noch sad machen? Na, wir machen gleich happy. Auf geht's. Nooo, jetzt ist er glücklich. Eilu ist schon irgendwie cute. Und vor allem, wie klein sie ist. Sie ist voll small. Vor allem, wenn sie auch neben Dragon Hank steht. Als man die Story gemacht hat. Voll small. Eventurine spielt sich gut, finde ich. Ja, ich bin schon gespannt. Ich freue mich schon drauf. Außer Sunday. Gell? Feierabend! Okay. Der ist weg. Das war's mit seinen Prinzipien. Es ist sehr gefährlich. Oh, das ist er schon. Guten Tag. Mr. Gallagher. Wie sie alle da stehen. Ich hab gesagt, der steht da. Ich war mir gerade die Mads für beide zum Aufstufen. Mit meiner Ekron brauche ich einfach 30 Sekunden pro Kampf. Das nenne ich mal schnell. Schnetzel, Schnetzel. Er weiß alles. Er hat auch überlaufen. Ja. Okay, immerhin weiß er, was mit Firefly passiert ist. That's exactly what the family has ordered us to investigate. We are sorry too. Schon. Ja, ich meine, wir sind traurig, nicht sorry. Ich bin schließlich auf dem Team in die Familie aufzuhören. Ich wollte es nicht schwenken, sondern ich wollte es einfach schwenken. Ich wollte es nicht das, dass es einen Geist geben. Ich habe das Leben zu tun. Ich habe das Leben gemacht. Was ist das Leben? Nein, alles nicht. Ich werde es nicht interessiert, wenn ich es nicht im Pinocchonni, dass ich das Leben nicht liebe. Ja. Erst mal in die Bar gehen jetzt und ein paar Soulglads kippen oder so. Okay, oh. The other side, okay. Sind wir jetzt wieder bei Venturin? Nein, wir sind bei Welt und Acheron. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, das ist ja auch noch. Tja, sie sind beide mehr, als sie alle anderen glauben lassen. Ich glaube, dass ich das nicht verstehe, aber ich glaube, dass ich das nicht verstehe. Warum sagt man das so? Es ist ein schönes Leben. Aber es ist eine bestimmte Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion. Es ist eine bestimmte Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion-Ion. Oh, oh. Überall nur tot. Ich fange gleich auch an, Soulglatt zu kippen, wenn ich nicht bald die letzte Kiste im Park finde. Keine Ahnung, wo die ist. Ich habe auch noch nicht alles gefunden, gefühlt. Was, der Leitkund schlafen wie die Toten? War das der Leitkund von Yenjing? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kann sein? Weiß ich nicht. Ich kann mir so schon keine Namen merken und dann die deutschen Namen zu den Leitkund zu merken noch weniger. und dann haben die eh so komplizierte Namen. Der ist von Roger. Müsste mal nachschauen. Egeron, schreib dir das auf, wenn du alles vergisst. Okay Okay Okay, was hatten sie jetzt noch für Antworten? Oh. Der Lorcher hat einen anderen. Yenjing's Leitkund. Stimmt, Echo des Sarges war das. Oh nein. Bitte, bitte nicht im Sarge. Wenn man im Sarge ist, zu viel Echo erzeugen. Er hat den vor kurzem auch aus dem Standard-Panner gepullt. Sehr gut. Okay, okay. Jetzt kommen wieder viele Sachen zum Fragen. Regarding the moment of daybreak. Okay. Das heißt, einige Leute Arbeiten in Imagination Factories Damit die Traumwelten so sind, wie die Traumwelten sind. Dann gehen sie wieder zurück in die Realität und schlafen in deinem kleinen Bett. Okay. 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 Und ... ... ... ... ... ... Das war's für mich. Oh, das ist aber nett Regarding the Gilded Hour Was? Blood that is made from money? Okay Okay Ach, das ist keine Kiste, die fehlt Das ist wieder eine Mülltonne, meine Erzfeinde Mein Gott, die Mülltonne muss ich auch noch machen Hilfe, die habe ich alle übersehen Bis auf eine Was? Wo sind die? Wo sind die Mülltonne? Wo sind die Mülltonne? Wo sind die Mülltonne? Aha Kann man in der Traumwelt irgendwie sich verlieren? Wenn man zu lange drin ist, oder wie? Ich habe in den letzten Gebieten auch noch nicht die Mülltonnen gefunden. Mir fehlt in jedem Gebiet mindestens eine. Attacke der Mülltonnen. Aufgepasst. About the moment of dusk. Oder wie gesagt, dass ich da. Ich suche das mit. Zitzen gehen. Von diesem Schufe zuerst. Und die Menschen, wenn die Mülle von der Welt bereits mit den Schuhen in den Schuhen nahe, was die Betrachtung. Dann habe ich alles wochen. Ich glaube, dass wir alle Worte verhältigen Sachen verlassen haben. All die Kunters aufherspannen. Ich glaube, Und dann kam der eine Omenik an, wo er sich selbst an ein, was er. Wenn jemand erneut, dann er die Zeit und die Zeit der Verkaufung bezeichnet, er wird die All-Wersteil der Bewerber, eine absolute Leitung aufzuhren. Der Omenik hat erneut 12 Mal erneut. Okay, that's everything. Ich weiß nicht, inwiefern uns die Infos jetzt weitergeholfen haben, aber Elke Ron hat sich mal die Sachen von der Seele geredet. Vor allem, wenn die Gebiete so groß sind, läufst du dich ein Wolf ab. Echt furchtbar, ja. Oder man schaut einfach auf die Karte, das wäre die Alternative, aber das finde ich auch langweilig, wenn sie unbedingt sein muss. Im Park fehlt noch eine, alle anderen habe ich. Dann findest du die eine sicher auch noch. Also, ich weiß nicht, ob es nicht so groß ist, Das ist wieder ein roter Text. Oha. Ich müsste mich auch mal dran setzen und mir meine letzte Kiste holen. Gut, dass ab 16 Uhr Wartung bei Palia ist, dann habe ich Zeit. Schau, man muss alles nur richtig planen, dann geht das schon. Die ist heftig gut versteckt. Voll fies. Gott, jetzt erzählt Welt eine Geschichte. Unkel Welt, erzähl deine Geschichte. Okay. Adam. 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 Die Musik im Hintergrund. Das war's. Ich bin jetzt hier. Das heißt, dass der Mann nicht verloren hat. Man muss immer weitergehen. Man muss immer weitergehen. Man muss sich nicht 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 weitergehen. Und das Mann auch nicht so viel zu verlieren. Er hat sich mit dem ganzen Menschen, die Menschen in der Welt zu erinnern. Er hat sich die Welt zu erinnern. Er hat sich die Welt zu erinnern. Er hat sich die Welt zu erinnern. Hm. Erzählen die sich das jetzt? Hat das jetzt irgendeine Relevanz zur Story? Oder nur Hintergrund von den beiden? Oder brauchten sie einfach mal jemanden zum Plaudern? Ich nehme mal an, Ich nehme mal an, dass dieser Part interessanter sein wird, wenn man vielleicht Honka Impact gespielt hat. Habe ich das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht. So. Die ist heftig gut versteckt. Du wirst sie schon finden. Ich drücke dir die Daumen. Ich bin nicht süchtig. Nein, nein. Hm. Also ich weiß ja nicht, Hashi. Wirklich selbst am Ende der Story noch null durch, was das Rot bedeuten soll. Ich glaube, und viele andere Leute nehmen das auch an, man hat ja am Anfang, fragt Ekeron dich bestimmte Sachen und je nachdem, was du da antwortest, gibt sie bei diesen roten Dingern unterschiedliche Antworten. Inwiefern das irgendeine Relevanz hat, weiß ich nicht, das habe ich mich nicht eingelesen. Aber das ist auf jeden Fall das, was wohl mit den roten Dingern gemeint ist, ja. Be right back. Willkommen zurück, Hashi. Mal sehen, da sind auch ein paar Kisten echt mies versteckt. Wer macht denn das immer? Die Abenteurer-Gilde. Stimmt das? Hatte Welt so einen Freund, den May dann getötet hat, oder wie? Das ist doch sicher eine Anspielung auf Honkai Impact und ich habe keine Ahnung davon. Ja, wir müssen uns aber nicht genutzt. Ich bin ein Mensch, als du in der Welt, als du in der Welt bist. Ich habe auch nicht glücklich, als du in der Welt bist. Das ist so schwer. Nein, wenn du in der Welt bist, dann ist das nicht möglich. Ich weiß nicht, was ich? Aber ich möchte das auch sagen. Yomi, dass ich mich mit der Führung der Führung in der Führung der Führung habe, was ich? Was ist das, was ich? Verwärter, bevor ich die Frage, wenn ich die Frage, wenn ich die Frage, was ich? Was ich? Birds are born to fly. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt. Birds are born with no more shackles. Okay. Stell dir vor, Echeron würde jetzt singen. Oh, okay. Oh-oh. Oh-oh. Ein all-consuming black hole. Dann bist du auf jeden Fall in die falsche Richtung geflogen. Wenn du zur Sonne wolltest und beim schwarzen Loch landest, oder? Nicht ins Licht fliegen. Bist doch keine Motte, oder? Okay, ähm, ja, der Part, keine Ahnung. Oh Gott. Hallo, Black Swan. Die gibt's ja auch noch. Die telefoniert schon wieder. Geh mal dran, da klingelt's. Es bimmelt. Telefon Swan. Hi, moshimashi. Okay. Ist hier ein Egerons Zimmer? Okay. Egeron läuft in mein, beziehungsweise, Aventurines Zimmer. Dann kommt Black Swan in das Zimmer, wo Robin Dingsbums ist. Wo ich und Egeron drin sind. Und jetzt ist Black Swan in Egerons Zimmer und nimmt ihren Anruf an? Ein Swannophon. Ein Swannophon finde ich gut. Hahahaha. 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 Stop. Ich habe mich sofort verletzt. Ich habe dich an den Pinnokonien gesehen und habe mich mit dem guten Verlust, und ich habe einen guten Applaus für den König. Ich bin ein偽物. Ich bin ein偽物. Holy Baby, wer bist du? Ich bin der Memo Keeper des Garden of the Garden of the Collection Oh, das ist toll! Ich liebe so einen starken Typen. Du bist... Du bist der falsche Bodyguard? Oder du bist der anderen? Du bist egal. Du bist egal. Du hast auch einen Schuss, also... Du kannst dich auf den Anrufer, vielleicht kommst du drauf, wer das ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Manchmal kann ich die Stimmen nicht so gut auseinanderhalten, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich weiß nicht, was du sicherer für aufoscenzen kann. Du bist ein Knotterer der Evangelion-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Du bist so schön, aber es geht nicht, was die Liste rauskommt. Du kannst du doch mit den Zeilen aufhören? Du bist so einfach mit der Gesellschaft-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kein. Du bist du hier mit dem Verk disciple. Okay. Ja, Wasser sagt nicht von der Stimme her. Und? Ah, warte, das ist Boothill. Kann das sein, dass es Boothill ist? Der ist ja Hunt, oder? Und der soll ja ein Galaxy Ranger sein. Ein echter. Ah. Jetzt wissen wir auch, wie er klingt. I'll be on Pinaconi soon. Okay. Viel Spaß. Keine Ahnung. Immerhin hat man ihn mal gehört. Es regnet, es regnet. Ich hoffe, der Schirm reicht da bei dem Regen. Is it an Emanator who should not exist? Okay. Also noch jemand, der bestätigt, dass sie wirklich ein Emanator ist. Okay. Oh, okay. Wir sind wieder bei Aventurin. Switch. Was? Der Arme. Was? Indisch macht der Meer her, muss ich sagen. Er hat nur angerufen. Irgendwie schon. Auf Japanisch klingt der wie Frankie aus One Piece. Was? Weißt du eigentlich, was ein Emanator ist? Frage nur. Ja, weiß ich. Okay. Mutig, mutig, würde ich sagen. Was sind die jetzt überhaupt, ihre Pläne? Ich bin ganz verwirrt. Ich bin ganz verwirrt. Willkommen, 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 danke fürs Follow. Wir haben nur noch 17 Stunden. Okay, war es wirklich alles sein Plan? Ich bin ganz verwirrt. Ja, ich glaube, dass du auch was, was du in der Hand genommen hast. Ja. Aber was sollst du das? Was hast du in der Beacons die Beacons mit dem Beacons in der Beacons? Ja, was sollst du das? Ja, aber... dass du für mich, dass du mit dem Geld verdient hast... Was ist das? Ein Ratio-Fläschchen. Sieht ein bisschen aus wie ein Fläschchen. Könnte auch eine Rassel oder sowas sein. Oder? Ein Stab, irgendein Ratio-Artefakt. Sagen wir es einfach so. Interessant. Eine Mini-Ratio-Säule. Okay. Oder ein Döschen. Oh. Grecker ist. Wing-headed scoundrel. Okay. And the Night's Inside Eine Schriftrolle ist das Psst, was soll ich das denn Wie soll man das erkennen A most exquisite scroll Holding a doctor's prescription Within Dr. Ratio advises you To only unveil it in the moment of life or death Ich hoffe es hilft You look distressed Is something troubling you If so, you can figure it out yourself Okay Heaven is a place on Earth Two Icarus Distribute gems And ask around for clues Regarding the Stowaways Wow Okay Ich habe auf jeden Fall mehrere Achievements schon bekommen Tada The Sand Pit We live the past in a faraway land Listen to Echeron and Veld's conversation Sehr spannend Drei Dinger gibt es auf jeden Fall noch Blind Stealing In a single battle When Blind Bad is at zero points Use Aventurine's ultimate roulette shark To obtain seven Blind Bad points Ah okay Sehr gut Oh mein Gott Die Ansicht Es wird voller Harmony irgendwie Aber ich glaube Mit der Story mache ich jetzt hier eine Pause Tatsächlich Weil wer weiß was danach dann wieder in Story kommt Aber wir können noch ein bisschen was Was schauen Green Ball Zack Das Gute ist man kann ja switchen Aber ich glaube jetzt ist ein guter Punkt Einen kurzen Story Break zu machen Break So Ich möchte noch einmal auf die angepinnte Nachricht verweisen Absolutes Spoilerverbot Das beinhaltet auch Andeutungen auf zukünftige Events Hinweise wie du Hast was übersehen und so weiter Nicht dass irgendwer was falsch gemacht hat Wollte nur nochmal das in Erinnerung rufen Einfach mal in Erinnerung rufen Ist doch toll oder? Alles so harmonisch Ich liebe Harmony Charaktere Deswegen kann ich ihnen ja auch nicht böse sein Ich wollte übrigens anmerken Dass man hier noch immer eine Schatzkiste findet Aber die ist sicher da irgendwo Storymäßig noch in irgendeiner Tür drin Nehme ich mal an Oh sie ist jetzt draußen Aber ich bin schon mit Nami glaube ich alles abgegangen Nambi gib alles Wo ist die letzte Schatzkiste? Oh weh oh wei oh wei oh wei In Golden Hour fehlt mir tatsächlich die eine Trashcan Wo auch immer die ist Aber die Schatzkisten habe ich schon alle Da fehlt mir noch eine Schatzkiste Da fehlt mir noch ultra viel Da fehlt mir auch was Da fehlt mir einiges noch Aber da war ich jetzt eigentlich ganz gut mit dabei Weil ich das gleich gemacht habe Bei der letzten Story bin ich ja nur durchgerannt Und habe nur das gemacht was ich machen musste Hier habe ich mich ja zumindest bemüht Alle Rätsel zu machen Vielleicht können wir ein zwei Rätsel hier machen Da zum Beispiel in der Ecke oder so So Character Check Echaron Und wenn Heshies Echaron heißt übrigens Hecharon Wollte ich nur mal anmerken Falls ihr das noch nicht wisst So Die habe ich sogar schon verwendet Die hat gestern auch wieder 330.000 Damage gemacht oder so Kurze Frage Darf man sagen wo die Kiste hier auf der Map ist? Nö darf man nicht Sonst könnte ich einfach nachschauen Das hat ja nichts mit der aktuellen Story zu tun oder? Spoiler sind Spoiler Das ist nichts Story Exklusives Genau Wenn es mir wirklich daran liegen würde Zu wissen wo die Schatzkiste ist Dann google ich Ansonsten warte ich bis ich alle Story Elemente fertig habe Erst wenn ich alle Alle Story Quests und alles mögliche Adventure Missions Blablabla was da alles gibt Fertig gemacht habe Und noch immer nichts finde Dann würde ich wahrscheinlich einfach googeln So Wir haben hier Heshies Hecharon Sehr niedlich Sehr fürsichtastisch Level 80 Mit Light Cone Sehr leuchtend Und nicht zu vergessen E2 Trace ist natürlich gemaxed Und Wir kommen auf 3000 Attack 128 Speed 53 Crit Rate Und 177 Crit Damage Energy braucht sie nicht Natürlich 21 Fail Crit Rate 46 Lightning Damage Boost Und haut damit alle wahrscheinlich über den Haufen Oder? Das kann man sich ja nicht so genau anschauen Ismo Gensei Und Takama Divine Realm Und Pioneer Diver Tada Kann man nicht sagen Oh Ich habe ein Artefakt mit 46 Crit Damage Oder sowas Aber ja Sie ist sehr stark Ich habe sie schon ausprobiert Macht auf jeden Fall ordentliche Damage So Meine Hecharon ist jetzt fertig Gratulation Hab endlich mal das komische Turnier fertig Was stark an Pokémon erinnert Ach du grüne Neune Das Ja das hat lange gedauert Oh mein Gott Ich habe gedacht Das ist dann schon alles fertig Und dann gab es noch mehr Challenges Und boah Aber ich habe alles Alles fertig bekommen damals Ja sieht sehr solide aus Oder? Wie gesagt sie macht super viel Damage Sehr sehr cool auf jeden Fall Ich nehme mal an Hashys stärkster Charakter Haut drauf So Wo bin ich denn eigentlich hier? Oh Wir müssen nach Osten Zack Schauen wir mal Ein Glocki Tick tock Tick tock Ich habe meine Top 3 drin Achso warte mal So Und dann rüber Tada Ich wollte schon gleich zum anderen Ende gehen Immerhin habe ich das mit den Mit den Glockis jetzt besser verstanden Tada Sehr gut Da komme ich nicht rüber Falsche Seite No Ist mir irgendwann zu langweilig geworden Beim Herd Was bei Hertha habe ich aufgehört Ist auch das einzige Was ich nicht beendet habe Kannst du ja noch immer machen Oder? Wir müssen da rüber Zack Tada Ich glaube in dem Eck war ich einfach noch gar nicht oder? Sieht zumindest so aus Jep Stärkster Char Wahrscheinlich mit Abstand Oder? Oh 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 Zack Hau drauf Ja sehe ich aber echt keine Lust drauf Vielleicht ist dir irgendwann mal langweilig Es gibt doch immer solche Phasen Wo alle sagen Es gibt nichts zu tun Ich habe nichts mehr zu machen Da könntest du das zum Beispiel machen Oder wenn du noch Jades drin brauchst Immer positiv denken Oko-Roll ist auch einfach toll Fühlt sich kastisch Der probische Dino-Platt Der Dino-Platt Unglaublich Hallöchen Philipp Wie geht's? Wie steht's? Schön dich zu sehen Hallo Oh oh Lortja Nicht drauf gehen Bitte überleben Jetzt macht die komischen Fledermäuse weg Damit die endlich den komischen Dino wegmachen können Den Koch-Dino Zack Macht sie alle Tadaa, Schatzkiste. Da nochmal ein paar Jets, oh. Goldene Boots. Und sie haben... Attack. Naja. Naja. Naja, gut. Okay. Hätte auch was anderes sein können. Ich sehe ein Hanu-Hanu-Rätsel. It's Morphin-Time, Hanu. Gut und dir, danke, mir geht's super. Wassermarsch, Prost. Ah, Hilfe. Hanu's Adventure Part 2. They are still wandering enemies in the adventure. They are playing the role of Boss Stone's lackeys. Hanu Vision can see their fields of vision. Please avoid their sight, as you will fail if they attack you. Hanu Vision. Woo. Ah, verdammt. Oder? Er hat mich nicht erwischt, gell? Hehehe. Okay, wo müssen wir hin? Das wäre jetzt aber eine fiese Lache, oder? So viele Wege, die alle irgendwo hinführen. Oh. Okay. Hush. Boing. So, und jetzt zacki Karotti. Zur Rakete. Okay, da wollte ich noch nicht hin. Oder? Die Schatzkiste müssen wir noch holen. Ist da sonst noch was? In dem Gebiet? Oh oh. Lauf, Hanu. Oh. Wollte nur schauen, ob auf der anderen Seite auch noch eine Kiste ist. Rieft ja alles nichts. Bin froh, endlich wieder Zeit zu haben. Wie geht's Evo? Gut, denke ich. Der ist arbeiten. Ah, da ist eh nichts mehr. Da kann man nur wieder zurückraketen. Aber wir haben dann auch das Puzzle fertig. Tick. Yay. Zack. Ah, da unten sind doch Puzzles. Ich wollte gerade sagen, da fehlt irgendwas. So kann ich doch nicht arbeiten, wenn Puzzleteile fehlen. War richtig komplex, das Rätsel, oder? Ja, das Puzzle. Wie. Hab dich. Und lila nur. Da oben drauf ist noch eine Schatzkiste. Schau an. Also ich muss mich noch in Hanu verwandeln. Geh, warte jetzt. Schwieb weg, du Fledermaus. Geh weg. Renn, Hanu, Hanu, Hanu. Komm ich. Komm ich da hoch. So hier. Ja, da geht's nur runter. Da muss ich hin. Jetzt habe ich's gesehen. Okay. Mhm. Da muss ich hin. Ups. Yay. Uh. Goldene Handschuhe. Und es ist... Attack, Crit Rate, Effect, Hit Rate, Break Effect. Ich meine... Crit, Damage und Speed wären noch besser, aber prinzipiell... Kann man das verwenden, vielleicht. Kann ich immer maximale Werte haben, oder? Denke ich. Sehr gut. Dann habe ich einiges geschafft, da in dem Eck. Hanu. Fertig. 20 von 27. Mir fehlen noch vier Schatzkisten. Ein Warptrotter und zwei Trashcans. Da sind noch ein, zwei, drei, vier Puzzle. Da ist noch... ...zum Gegner und ein Clocky und andere Sachen sind da auch noch. Einfach weg teleportieren. Tada. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Weg darüber freigegeben. Yes. Sehr gut. Perfektomat. Mhm, mhm, mhm. Die Musik hier immer. Jum. 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 Muss nur arbeiten gerade. Sehr fleißig ist der Herr Evo. Ein sehr, sehr fleißiger kleiner Evo. Oder so. Oh, ich hatte die letzte Zeit auch sehr viel. Ich hoffe, dass du schnell hinter dir hast. Alle müssen arbeiten. Morgen muss ich auch wieder arbeiten. Aber es ist wie es ist. Bis 20 Uhr ist immer mühsam. Bis 20 Uhr ist schon ein bisschen anstrengend. Gestern ging es Gott sei Dank relativ gut vorbei. Gestern habe ich voll aufgeräumt. Habe ich mal so einen richtigen Frühjahrsputz gemacht. Ja. Alle Zettel mal durchgeschaut. Ausgemistet. Ist schon einiges zusammengekommen. Habe ich meine ganzen Ordner frisch neu gemacht. Ordner neu eingeheftet. Frisch beschriftet. Alles sehr gut. Nein, der Trotter. Da war ein Trotter. Oh no. Ihr habt diese Woche mal Urlaub. Das ist auch gut. Ich hatte letzte Woche erst Urlaub. So, den hauen wir jetzt noch weg, da. Der saß da irgendwie so. Ja, letzte Woche war wirklich schön. War absolut spannend. Letzte Woche im Urlaub. Tada. Macht sie alle. Sehr gut. Okay, wir können noch ein bisschen... Wir können noch 17 Stunden mit Aventurine spielen. Dann ist es vorbei. Die Szenen waren spannend. Wollte ich nur mal anmerken. Irgendwie. Sehr, sehr spannend. Ah. So. Gut. Dann bin ich schon gespannt, wie die Story weitergeht heute Abend. Schauen wir mal, ob ich sie dann am Abend fertig... Fertig bekomme oder nicht. Was machen wir Schönes? Spannend, spannend geht's weiter. Ja, ich freue mich schon. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ich glaube, es war ein guter Punkt, jetzt wieder aufzuhören. Weil ich muss ja jetzt dann gleich weg. Und ja, es ist, wie es ist. Aber wir machen heute Abend weiter. So. Gut, meine Lieben. Dann werde ich mich für jetzt erstmal verabschieden. Weil ich muss jetzt leider los. Aber keine Sorge. Heute Abend ab ca. 21 Uhr geht's weiter. Dann werde ich die Story weitermachen. Schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Ansonsten machen wir den Rest am Freitag. Sollte ich mit der Story fertig werden heute am Abend, machen wir am Freitag dann das Spa-Event-Dingsel-Bumsel. Aber ja, war sehr, sehr spannend. Waaah. Ratio, was sagst du dazu? Warum hast du... Wie konntest du Avengerin hintergehen? Ah! Egal. Es wird alles seine Gründe haben. Ich bin sehr gespannt. Es ist alles sehr spannend gewesen heute. Waaah. Ja, auf jeden Fall sage ich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die heute mit dabei waren. Auch an Senftaucher natürlich und Mobitaro für die Raids. Yes, vielen Dank. Und natürlich an alle, die heute neu dazugekommen sind. Ja. Falls ihr gerne mit mir plaudern wollt, schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Falls ihr Honkai Starrail übrigens eine ganze Zeit lang nicht gespielt haben solltet. Es gibt jetzt eine Return to Starrail Campaign, was ab und zu immer wieder eingeblendet wird. Ihr könnt einfach da auf den Link klicken. Da ist mein Code drin. Wo ist denn der? Zack. Irgendwo ist der Code. Weiß ich nicht. Egal. Bis heute Abend auf jeden Fall. Wir gehen zu Asuka rüber. Und da gibt es Final Fantasy XIV. Viel Spaß euch und bis später. Bye, bye. Bye, bye. Seid zu schnell vorbei. Tschüss. Bye. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020